Fünf Punkte Vorsprung hatte die SG Palmbach-Reichenbach drei Spieltage vor Saisonende. Doch der Gast am Pfingstmontag war kein geringerer als der zweite und mit Aufsteiger in die B-Klasse. Das Team der Freien Turnerschaft Forchheim. Und die wollten sich natürlich für ihre bislang einzige Saison-Niederlage revanchieren. Den kompletten Spielbericht mit allen entscheidenden Szenen gibt's ab Dienstag nur bei uns auf LigaWebTV.